Wir haben angefangen. Diese Geschichte ist keine Geschichte über ihn. Sagen wir nicht nur über mich. Diese Geschichte handelt nicht von ihr. Ja, aber was soll das heißen? Nicht von ihr. Diese Geschichte dreht sich definitiv um keine von uns. Sondern zuerst und vor allem. Ist das eine Geschichte über ein Haus? Eine Geschichte über ein Haus. Über einen Organismus. Eine Konstruktion. Wenn ihr sie von außen betrachtet, würdet ihr sehen, wie wir sie ausfüllen. Habt ihr mal alle unsere Sätze zusammengezählt? Es ist fast so, man könnte fast denken, als wären wir nie hier gewesen. Jetzt, wir betraten das Haus. Denn wenn wir ehrlich sind, wie lange hält man es aus, unsichtbar zu sein? Stumm, abseits der Macht. Zuerst und vor allem eine Geschichte über ein Haus. Entspannend für uns und vor allem ein Haus. SWT